Da habe ich jetzt diesmal eine I Love Mom Tasche von Cool King. Hat hier hinten noch, ist jetzt ein bisschen drackig. Die ist im Restpostenpaket gekommen, deswegen lag wohl einige Zeit auf Lager. Aber ich muss sagen, ich finde sie jetzt nicht so serbst hässlich. Ist jetzt halt auch nicht die schönste Tasche. Aber ja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, Cool King ist die Firma, ich weiß es nicht. Ansonsten wüsste ich nicht, wonach ich suchen soll. Keine Eilaufmann Tasche. Ich sammle Taschen, die kommt bei mir an der Wand, scheißegal. Ich werde euch das Teil verlinken, wenn ich es finden sollte. Wenn nicht, dann halt nicht, ganz einfach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, könnt mir gerne Kommentare da lassen oder ähnliches. Bis denn dann. Tschaui.